um 19 uhr auf der niederalm und es ist kein mensch da ums eck rum ist auch kein mensch das ist unglaublich so schöne platzern und es ist kein mensch da das tut doch weh wo sind denn die ganzen leute so schöner ausblick auf reichen holen wir uns reichen holen wir besitzen oder wollen wir denn diese kina